Tut mir leid, wenn du mich nicht erreichst, hab echt keine Zeit, kann grad nicht ans Telefon. Auch wenn es eilt, weißt du Bescheid, es bleibt dir nur eins, eine Nachricht nach dem Tod. Alles Wichtige nach dem F***. Ich hab's jetzt endlich geschafft, die Flame mal kurz abzugreifen. Wir sind ja hier beim Videodreh zu seiner neuen Single Hallo. Ja, hallo erstmal. Hallo. Wunderbar. Die Flame. Ich meine, okay, der Song heißt Hallo, ist eigentlich klar, worum es geht, aber erzähl doch nochmal ein bisschen von der Single. Die Single, das war eigentlich nur so eine Idee, also ich hatte irgendwie schon mal mehrere Songs gehört und man hatte immer so jetzt die Möglichkeit im Handy irgendwie einen Song auf seinem Anrufbeantworter zu machen. Und da hab ich mir irgendwie gedacht, so damals gab es ja dieses Stella Soul, Hey, how you doing? Und da hab ich mir gedacht, okay, ich will mal meinen eigenen Song einfach machen und hab mehr oder weniger aus Spaß diesen Song gemacht, damit ich mal einen Song für meinen Anrufbeantworter habe. Und dann haben halt irgendwie sehr viele Leute gesagt, immer die angerufen haben, hier, was ist für ein geiler Song irgendwie, das muss irgendwie mehr werden. Dann hab ich gedacht, okay, den Song nimm ich auf mein Album. Und dadurch hab ich dann irgendwie diesen Filmmacher kennengelernt, der das Video macht. Und der hat auch gemeint, jeder Song ist Hammer an so ein Video heute machen. Ich versuche Hallo, hier ist die Mail bei Traflame, kann im Moment nicht als Telefon gehen. Doch wenn ihr mir eine Nachrichtländer lasst, rufe ich zurück, sobald ich es schaff. Nachricht gelöscht.